Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist ja schon eine Weile her seit meinem letzten Video, allerdings bin ich einfach nicht dazu gekommen, neue Videos zu machen. Nun aber zu den aktuellen Ereignissen auf Island. Denn leider ist das passiert, was viele befürchtet haben, nämlich eine Eruption, die Grindelweg betrifft. Aber dazu kommen wir gleich. Meine Pause hatte auch einen Vorteil und zwar konnte ich mir die Ereignisse über einen längeren Zeitraum nun noch einmal betrachten. Wenn man solche Ereignisse wie aktuell auf Island über einen längeren Zeitraum hin betrachtet, dann lassen sich da schon einige Rückschlüsse ziehen über das, was im Untergrund möglicherweise vor sich geht. Und meine Erkenntnisse will ich euch hier kurz zeigen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Am 10. November ereigneten sich in und um Grindelweg starke Erdbeben, wodurch sich auch einige Gräben innerhalb der Stadt auftaten. Zu einer Eruption kam es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Am 18. Dezember kam es dann zu einer Eruption etwas nördlich von Grindelweg, ungefähr in diesem Bereich. Die Eruption war nach zwei Tagen allerdings bereits wieder zu Ende. Schäden durch die Eruption an sich gab es keine. Klar war ja von Anfang an, dass das Magma in den Bereich unter Swazengi aufsteigt und dementsprechend wollen wir uns jetzt mal die Bodenbewegung der letzten Monate in diesem Bereich ansehen. Was wir hier sehen, ist die Auf- und Abwärtsbewegung des Bodens an der GPS-Station Swazengi. Man erkennt hier, dass sich der Boden ab etwa Ende Oktober zu heben begann, bis es dann am 10. November zu dem Erdbebenschwarm und der Grabenbildung kam, wo sich der Boden um insgesamt fast 40 cm abgesenkt hat. Danach kam es wieder zu einer starken Hebungsphase, bis das Niveau am 18. Dezember in etwa dasselbe Niveau erreichte wie vor dieser Grabenbildung und es kam zur Eruption. Bei dieser senkte sich der Boden jedoch nur um knapp 10 cm ab und danach begann wieder eine Hebungsphase bis zur gestrigen Eruption. Gestern, also am 14. Januar um kurz vor 8 Uhr morgens Ortszeit, öffnete sich nördlich von Grindavik eine Eruptionsspalte. Die Spalte breitete sich innerhalb von wenigen Stunden weiter Richtung Süden in Richtung Grindavik aus und überschritt dabei auch den Schutzwall, der innerhalb der letzten Wochen zum Schutz von Grindavik vor der Lava errichtet wurde. Das an sich wäre noch nicht schlimm gewesen, da innerhalb des Schutzwalls nur wenig Lava vorhanden war und die teilweise nur, ja weniger als 100 Meter entfernt, neue Schutzwelle errichtet haben, um die Lava an der Stadt vorbeizuleiten. Am Nachmittag öffnete sich jedoch eine neue Spalte, nur etwa 100 Meter von den ersten Häusern von Grindavik entfernt. Zum Glück blieb diese Spalte relativ klein und nur für kurze Zeit aktiv, trotzdem wurden mindestens drei Häuser zerstört. Der nördliche Teil der Spalte ist nach wie vor aktiv, jedoch deutlich schwächer als gestern. Was mir allerdings Sorgen bereitet, ist die Bodenbewegung in Swazengi. Wenn wir nochmal einen Blick auf das Diagramm werfen, sehen wir, dass mit der gestrigen Eruption der Boden nicht abgesackt ist, wie bei den letzten Eruptionen bzw. bei der Grabenbildung, sondern der Boden hebt sich weiter. Genau genommen hat die Bodenhebung sogar zugenommen. Untersuchungen der Lava der Eruption vom 18. Dezember haben nun ergeben, dass sich unterhalb von Swazengi nun vermutlich doch eine Magmakammer befindet, anders als bisher angenommen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ergibt sich für mich als Hobby-Vulkanologe folgendes Bild. Die Magmakammer und das Swazengi füllt sich, wodurch sich der Boden über dieser hebt. An einem gewissen Punkt wird der Druck zu groß und das Magma bricht in Richtung Osten durch. Dass sich der Boden nun trotz der Eruption weiterhebt, lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass mehr Magma aus dem Untergrund in die Magmakammer strömt, als bei der aktuellen Eruption gefördert wurde. Dies könnte jetzt zu mehreren Szenarien führen. Szenario Nummer 1. Die aktuelle Eruption hält möglicherweise länger an und legt vielleicht sogar noch an Stärke zu. Szenario Nummer 2. Die Eruption stoppt und es kommt innerhalb von kürzester Zeit erneut zu einer Eruption. Szenario Nummer 3. Wäre eine weitere Eruption an einer anderen Stelle. Ein viertes Szenario, nämlich dass die aktuelle Eruption stoppt und sich die gesamte Situation in der Region wieder beruhigt, halte ich zum aktuellen Zeitpunkt eher für sehr unwahrscheinlich. Momentan kann man nur hoffen, dass die Einwohner von Grindelweg doch noch Glück im Unglück haben. Sollte sich die Aktivität wieder weiter nach Norden verlagern oder gar an eine andere Stelle, bleibt Grindelweg möglicherweise doch verschont. Am Ende muss ich das Video leider noch um ein trauriges Detail ergänzen. Vor wenigen Tagen stürzte ein Arbeiter, der mit der Beseitigung der Schäden in der Region beschäftigt war, in eine etwa 40 Meter tiefe Erdspalte und konnte leider nicht gerettet werden. Ich werde wieder versuchen, euch so gut wie möglich über die Ereignisse am Laufenden zu halten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. In diesem Sinne, macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.